Uttitta-Shirshasana, wörtlich die Stellung mit erhobenem Kopf, ist eine Variation des Korpsions und auch des Kopfstandes. Shirshasana-Kopfstand ist die Ausgangslage. Von der Ausgangslage Shirshasana gibst du die Handflächen auf den Boden und dann hebst du den Kopf hoch. Und damit bist du im Skorpion mit geraden Beinen, du hast Uttitta-Shirshasana, den erhobenen Kopf. Die Stellung wird auch manchmal genannt Pfauenfeder, Pichamayurasana, also der Pfau mit der Feder nach oben. Diese Stellung stärkt die Arme und die Schultern, sie ist gut für die Dehnung des Brustkorbs. Der Shri Yogeshwaranand Paramahamsa beschreibt diese Stellung in First Steps to Higher Yoga. Und er sagt noch, diese Stellung erhöht das Verdauungsfeuer, stärkt auch Gehirn- und Gedächtniskraft und hilft, dass der Blutfluss zum Kopf etwas erhöht wird. Das sieht gut aus, da ist jetzt die Rennung des Brustkorbs. Und das ist jetzt die Rennung des Brustkorbs. Die Rennung des Brustkorbs kommt mal kurz zu��ten, aber für die Rennungsbeine. Da ist eben eine Rennung des Brustkorbs.